Hallo und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd machen Ticket und heute spiele ich wieder das Spiel Gutes Prime Chaos in Deutsch. Was ist das für eine Figur? Das sieht aus wie einer im Schnee. Hast du die Jahreszeit? Na ja, das werden wir nachher sehen. Ich starte das Spiel. Es kommt ein kleiner Upload. Ich denke heute geht ein bisschen schneller wie gestern. Ja, hat mich sofort gefunden. Sie ist, äh, wir haben gestern aber auch den anderen gespielt. Aber egal, der ist, nein, der ist 64. Meine Charaktere. Hä? Ich bin verwirrt. War ich gestern nicht noch 70 gewesen? Ja, wollte ich schon sagen. Ja, geht doch. Geht doch. Ich würde sagen, was mit 70. Gut, dann machen wir Musik mal wieder an. Und Vollbild. Und los geht's. Die tägliche Quest. Hauen wir durch. Zack, die erste Quest. Um zwölf Uhr geht's los. Geht nicht. Einfordern. Zweite Quest. Sprachnachricht. Ach nein, dann kackt wieder alles ab hier. Dritte. Bodenstange. Okay, da gehen wir rein. Das machen wir. Herausforderung. Automatik. Let's go. Nächste Ebene. Glücksrad. Wir haben gestern... Ah, nochmal Glücksrad. Das ist doch schon tot. Extrem. Magier. Oh, ein Lama. Auch schon tot. Auch wenn der tot ist, der fällt nicht dumm. Aber noch Magier. Und tot. 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 Jawoll! Sonne! Mond! Jetzt habe ich genau bis hierhin gespielt. Ah, ich spiele einen weiter. Magier. Muss ich viele verschiedene nehmen oder immer die gleichen? Ich probiere die gleichen. Streitwagen, Sonnen, Mond und Magier. Okay, das war's. Oh, ja. Das ist aber weit gekommen. Das ist aber weit gekommen. Das war doch mal nice. Und dann zurückziehen. Einfordern. Nur WPs. Kaufe Energie. Okay. Klar. Machen wir. Kaufen. Einfordern. Reitier. Monster in der Wildnis töten. Schnellbeitritt. Schnellbeitritt. Kein Problem. Schaffe ich auch alleine. Was? Was? Hm. wie? Aus. Oh. Wie? Vielen Dank. Passiert doch sowieso nichts. Oh, die gehen da raus. Sicherheitszone. Oh, die gehen da raus. Ja, jetzt kriege ich ein paar Wildtiere, weil ich glaube da war irgendwas mit Tiere töten. Das weg. Let's go. Okay, wenn es zwei Schwerter da sind, heißt es, ich muss kämpfen. Okay. 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 Böser Wolf. Oh, meine Quest von Plus Deck ist schon fertig. Fünf Wellen innerhalb von zwei Minuten abschließen, ich hab nur noch zehn Sekunden, hm, das schaffe ich nicht, zwei, eins, vorbei, hm, das war ich so, das schaffe ich nicht. Was spürst du? So ein Mist. Ich beschütze lieber. Da die noch nicht da sind, kann ich noch mal ein bisschen kämpfen hier, vielleicht einen kaputt machen. So ein Mist. Oh, ich drück da traurig, der rennt um zu sehen, hm. Na gut. Dann halt so. 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 Jetzt muss ich die Göttinnen beschützen. Gleich, mach ich einmal auf Angriff, dann muss ich sie töten. Voll witzig. So. 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 Ja. Lauf, ich muss beschützen. Ich bin rechtzeitig noch angekommen. Die Priesterin hat noch 95 Prozent. 94. Wie viel fehlen? Fünf Wellen. Okay. Also sie muss 80 Prozent Leben am Ende noch haben. Das wird schwer. Aber die greifen die ganze Zeit die Priesterin, nicht mich. Jetzt kommt letzte Welle. Die Wölfe. Oder Bären. Was sind das? Wölfe oder Bäre? Bären. Ja. Ich greife mich an. Das ist gut. Dann machen sie an der Priesterin keinen Charme mehr. Ja. Und? Der letzte? Down. 2. 1. 0. Greif zu. Erhalten. Hurra. Einfordern. 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 Und raus. Gut. Das war das. Jetzt kommt das nächste. Gefährliche Missionen. Schatzplündernd. Einmal. Schade. Das geht nicht. Schade. 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 keine Ausdauer mehr, jawoll und Punkte für meine Gilde, in der Arena, ich habe jetzt 48.000 und Kraft, greift er den an, heraus verloren und go, gewonnen, ok Meisterdiener Interaktion Einfangen Peitschen Einfordern Ah, ok, die letzten zwei Ruhmesladen Da habe ich genug Was kaufe ich denn, was kaufe ich denn Das teuerste ist das hier Ah, nur vier Sterne oder Diamanten Na ja, und das letzte Ah, kein Automatik Ah, ok Ah, ok Ah, ok Schnell zurückgehen, heilen, schaden. Schaden. Hat die soll mich da noch erwischt? Da ist jetzt das Herz zum heilen. Nein! Schaden verursachen. Oh, ein Teil. Ich hab den noch erwischt. Ich hab den noch erwischt. Ich hab den noch erwischt. Essen! Ja, ja, ja. Ich hab den noch erwischt. Achtung! Naja, vielleicht auch nicht ganz. Die Basis ist fast kaputt. Da kann ich durchlaufen. Da sind die Schuhe. Ich hab den noch erwischt. Und jetzt äh... Das war jetzt noch. Jawohl, haben wir. Haben wir gestorben. Ja, ich bin zweimal gestorben. Hab fünf Kills. Mein Kumpane hat einen Kill und ist fünfmal gestorben. Die anderen haben beide auch einen Kill und sind viermal gestorben. Also, das heißt, ich war der Beste. So, dann haben wir das auch fertig. Jetzt kann man auch schnell kurz die Sachen alle abarbeiten. Okay, und der. Okay. Alter. Juhi. Juhi. Juhu. Immer noch, Alter. Also, die haben wir jetzt so. Stufe 10. 2400. Um Gottes Willen ist das teuer. Ich hab 2342. Hm. Mist. Oh, das ist auch cool. Zack, haben wir fertig. Fertig. Aufwerten. 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 Hier nochmal. Geht nicht mehr. Schade. Hier nochmal. Hier kann ich nichts gebrauchen. Nein. Nein, ich soll nur 500. Was soll ich mit 500 machen? 300. Ich soll nur 22. 22. Oh, ein mehr. mehr. Aber ein mehr ist nicht so schlimm. 2. Dann gehe ich hier zum Pakt. Und. Beschwören. Nein, auch nicht. Und dann weiß ich nicht, wo ich das mache. Gut. Hier ist noch etwas. Ja, was zum Aufwerten. Aber geht bei mir nicht. Weil ich keine Ausnahme mehr habe. Und ich will jetzt auch keine kaufen. Da wäre noch was. Komm. Den können wir auch schnell anführen. Eine Minute. Dann können wir hier diese Münzen wieder reinwerfen. auch noch. Ich würde direkt onbekommen jetzt. Versp accomplished. Dann können wir das überhaupt nichts glitens. Münze. Habe ich ja gestern gesehen, dass es jeweils immer nur eine Münze ist. Nein. Scheiße. Scheiße. Einfordern und drehen. Oh, schön. Ein paar Punkte. Ja, Herausforderung. Ich glaube, ich kann nicht, oder? Oh gut, weiter gehen, Schluss holen. I'll smash you to pieces. I'll smash you to pieces. Ich kann nicht durch, jetzt, egal. Los, lass mich hier runter. Da. Der eine steht oben. Nein. Kommt gleich runter gesprungen, oder? Ja. Vier, vier, immer noch vier. Immer noch vier. Sieb. Okay. Okay. Next. I'll smash you to pieces. Klack, 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 klack. Da muss ich gleich wieder hin. I'll smash you to pieces. Okay. 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 Yes. Okay. 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 Oh, er hat mich erwischt. Ist ja nicht so schlimm. Er hat mein Gehilfen zerstört. Nein. Oh, er hat mich nicht so schlimm. Ich werde dich zu spüren. Na los, verliere endlich, du Engel. Fata Morgana. Und, gleich ist er down. Ah, getroffen. Ich bin gestunnt. Jetzt aber. Und. Jawohl, ja. Hier ist sonst nichts mehr. Habe ich noch eine Minute und ein paar Sekunden, um diese Ebenen zu verlassen. Oh, das geht weiter mit der Ebenen. Oh. Holy shit. Oh. 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 Wehe. Oh. Oh. Eine Minute noch. Wow. Sieg! Jawohl! Ich glaube, die werde ich nicht schaffen. Ich werde dich schrauben! Oh, die Leute kämpfen für mich gleich mit, das ist gut, ich musste nur überzeugen, die ersten zwei überzeugt. Ah, ein paar Loggerichts. Shit. Oh, hier war auch nichts. Nochmal Shit. Jetzt wird es da nach oben. Schlüssel habe ich schon mal. Also über der Brücke dann sind wir durch. Ah, hier geht es auch nicht weiter. Zurück zum Start. Zwei Minuten und paar Sekunden. Ah, hier geht es noch weiter. Durch. Jawoll. Nächste Ebene. Wie viel muss ich davon machen? Zurück. Dann haben wir das auch gesehen. Sieht gut aus. Da. Die Münze. Da wollte ich doch hin. Zack. Da. Ja. Voll runter. Und. Ja. Und noch eine. Jawoll. Jawoll. Los, voll runter. Ach, bewegt sich nicht. Mist. Aber. Gut. Dann das noch schnell einfordern. Ablehnen. Okay. Das Alva geht da oben wieder. Draufhauen. Dankeschön. Verlies. Ne Dungeon. Er möchte jetzt nicht. Schauen wir mal hier schnell alles nach. Charakter. Magischer Ring. Aufwerten. 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 Ne. 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 Aufwerten. Aufwerten. Ok. Das war's. Erfolge Einfordern. Oh. Fünf behером ist auch eingefordert. Mehr geht leider nicht. Hat man hier nicht ein Titel? Ne. Gut, gut, gut. Tasche. Fragmente. Nochmal Tasche. Jetzt habe ich die Heldin gekriegt, bekommen. Ja, sie ist endlich 29. Aber wie stirbt sie jetzt auch nicht mehr so schnell? Eine Minute? Nein! Okay, wieder da. Schatz. Schnell hinzufügen. Das war's dann auch. Schmiedeln. Verstärken. Die Waffe, ich mache so wenig Schade. Noch mehr Schmiedeln? Ah, Schleifen. Ne, das nicht. Das auch nicht. Okay. Fertig. Aufwerten. Reitier. Füttern. Alle Speisen. Automatische Entwicklung. Okay. Gut. Allianz. Spenden. Und Allianz Krieg. Boss geht nicht. In 71 Stunden. Ach, doch geht. Schön. Aber, ich kriege den sowieso nicht dort. Ich kann nur schauen, wie viel ich da kriege. Und ich glaube, ich kann nur ein paar vieweden im L ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Jawohl, noch eine Minute und ich habe noch nicht einmal fünf runter bekommen. Na, egal. Mein Schaden, ein Millionen. Zwei Millionen. Zwei Millionen. Zwei Millionen. Sprachnachricht Nicht gut am Computer Ja, und das war's, hier steht jetzt nur noch der Boss immer da unten, weil der noch lebt 92% hat er, also habe ich 10% runtergeschlagen Der Dungeon habe ich jetzt keine Lust und das haben wir ja auch schon einmal gemacht Ist ja nur das gleiche Gut, das war's dann für heute Ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, das hat heute nur 47 Minuten, gestern hat es länger gedauert Aber gestern hatte ich auch schon länger das Spiel nicht mehr gespielt Das waren dann mehrere Sachen, die ich aktivieren konnte Okay, ich könnte jetzt noch hier, was ich gestern auch gemacht habe, die Sachen durchjagen Aber, das haben wir ja gestern alles gemacht Also, Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Ich schau mir noch schnell den an Ein Mann im Schneesturm Was ich mir schon gedacht habe Ich schau mein Deckel ab Und dann bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Hier